jetzt haben wir doch ein matchmaking mit dem man arbeiten kann ja ich habe es gestern ok ich habe auch auf eu2 gestern viel unterwegs aber auch irgendwie also echt viel verloren ja und deswegen jetzt mal umgesattelt deswegen auf eu1 überhaupt ja ist klar acht standard links ja wird er recht ist nicht hoch für ins kluster fahren mit dem ok dann bin ich mal dabei und guck mir das mal an ich war eigentlich mit medium immer ach du fast links mitte meinst du da ja gerade auch weiter hier ok man hole ich immer den ersten spot ich fahre jetzt einfach mal hin und guck mir das dann bei dir ab was du da machst von links rum links rum was schön den nächsten weg sondern da oben rein okay ich bin nicht offen ich mache nichts auf ja wohl doch der fuß feuer erlaubnis erteilt nein du ah den hat er noch gut ich hier vorher hier rechts weiter ne alles klar ich bin alleine rechte flanke dick ja 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 ich zieh schon wieder zurück wo was hat ich mir jetzt wo jetzt wo 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 wirkungstreffer so löwe kommt noch mal raus oder indien kommst du zurecht ich sehe schon vor grad zum helfen kommen oder ist wirklich keine notwendigkeit oh lord ja bei mir ist noch ein bisschen was ich mach den centurion zuerst ich bin schon ich musste abhauen ich habe noch 150 der centurion kommt mir nach kannst du auf centurion helfen mache ich mache ich mache ich schön ich habe 170 noch 100.000 stark 3000 schaden ist natürlich schon nice der ist ein super panzer ich stehe voll auf dem ja ich mittlerweile auch das stimmt die kanone ist ordentlich los da ja jetzt haben wir erst gerade wegen dem gegnerzug oder was oder warum einfach schaden machen was geht und fertig ich bin noch am laden ja ja aber hier und ein schönes buch stehen dann geht es noch nicht auf ok du kriegst die nämlich immer schön rein und dann musst du ein stück weiter links stehen dann kannst du nicht mehr rechts reinschießen und jetzt jetzt ich bin nicht offen das nas und scheinbar lieber mir schon und mich kriegt die art ich muss mich da verziehen ich weiß auch nicht alle rein aber ich war nicht offen das muss ein kleines schutz wenn dann sein oder ja ja rein ich denke mal löwe und t34 bei uns bei mir hier drüben was ich mache erstmal die mitte aber hier denken an die seite von da können sie schießen na ja und der zeit in sein tod die kommen da angesagt ist nur noch die nasenbären von dem hier ich mache mit ihr nicht mehr die nasenunterstützung hinter mir bringt mischt du weißt was denn wir sind hier alleine das klar dann komme ich auch rum auch noch ein bisschen und dann posten die da ja das haben sie jetzt ja warte 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 lag du schön da oben ne ich komme von hinten d34 zuerst ja mann und ich muss drüber eigentlich ist auf mich alle guckst du dir hat verschossen schön schön war gut ja ja und jetzt wieder zurück ja haben wir schnell mal hier unikon um den anderen blauen auf mann ich dachte er fährt schon die kurve macht er doch nicht ob ich deckst du hier ein bisschen das muss wehtun bulldog ja denke ich mache ich haben wir hier nämlich stück weiter hallo darf man mitkommen was soll ich damit kommen ich dachte deck ja ja wir kommen mal drüben dann die sind da drei stück dahinten heute wissen doch 600 aber wir stehen oben drin dann lassen wir den t 71 mal vor eiern ich kann das muss der t 71 selber machen weil ich da jetzt aus von dem nehmen sie mich von oben raus alles klar schön kommt herren 70 machen wir es auch sehr gut ich würde mal zurückfahren vielleicht kann wenn du magst einen captain natürlich auch keine doofe idee ja dann würden sie nähe du willst damit zwingend zum zum zurückkommen aber ich muss zurück du siehst der jagdpanzer ist schon fast bei unserem cap und der e25 fahrt nicht die kreppen im gegenteil der e25 bleibt stehen wo der fahrt aus dem cap raus das ist gut ja mach langsam dass mich erstmal den cap regel mit dem jagdpanzer wirkungstreffer ich schau mal ob ich den leo find ja 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 kann man so sagen ja du schon wieder 3000 schaden nächstes mal fahrst du zurück ja 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR